einen wunderschönen guten tag zu einer neuen folge von train simulator 2022 der dennis spielt das interregio 25 38 münsterland mit der ersatzgarnitur von köln nach koblands dienstag 12 11 2002 interregio die vorteile der regionalen fernzüge vereint allerdings hat diese zugattung 2002 bereits viel von ihrem glanz verloren rückblickend lag sie buchstäblich in den letzten zügen der interregio münsterland zwischen münster und saarbrücken ist bereits ein jahr später geschichte während sie gemütlich ihren morgen kaffee schlürfen erhalten sie einen fast schon panischen anruf der fahrdienstleistung köln fahrdienstleitung köln so es gibt offensichtlich ernste probleme an bord des interregio 25 36 so dass dieser seine fahrt höchstwahrscheinlich in köln beenden muss sie sollen daher mit der 120 117 einen ersatzzug interregio 29 57 von köln nach saarbrücken bringen rüsten sie ihre lok auf und warten sie auf anweisungen der fahrdienstleistung ja damit herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen neuen folge von mir bzw von scarlett stammt das szenario und es nennt sich tatort ja ihr habt richtig gehört und wie und worum es darin geht das zeige ich euch jetzt lehnt euch zurück und habt spaß so wollen wir den ganzen zug hier mal aufrüsten automatischen der köln für 7 83 27 danke dass du so schnell herkommen konntest es war ja vor einem telefon ein wenig vage wir wissen inzwischen aber dass im 25 38 eine leiche auf der toilette liegt die kripo hat sich schon angemeldet den zug quasi zu beschlagnahmen es wird mehrere stunden daran wir schieben jetzt deswegen einen Ersatzzug von köln nach saarbrücken ein rechts von dir müssten sich interregio wagen befinden die schieben wir auf gleis 4 in den hauptbahnhof wir haben keine zeit zu rangieren ist kein steuerwagen dabei die kollegengruppen sollten dir aber ein gleis frei halten zum umsetzen der rangerleiter sollte sich gleich melden ja ihr habt es gehört und vielleicht auch mitgelesen worum es jetzt geht ich würde sagen wir rüsten hier mal unseren zug auf in der schnellformation dann müssen wir gleich noch die sicherungssysteme dazu schalten pzb siefer so stromabnehmer wurde gehoben optschalter eingeschaltet licht eingeschaltet damit ist dieser aufrüstvorgang beendet das heißt wir schalten noch ach so ok pzb siefer und lzb natürlich so damit wären wir abfahr bereit müssen jetzt auch noch ein wenig geduld haben glaube ich bis sich der rangierer hier meldet ja ja das werden wir tun das heißt lösen die bremsen und schalten vorsichtig und zart auf wir langsam und geschmeidig auf die drehscheibe fahren stop 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 ich muss ja erst wir haben einen fehler gemacht also die dazu auf die drehscheibe anlegen sie von der abtisch nur eine strom und übereinander shift und g in bewegung um himmels willen ja shift und g funktionier nicht Befehl 9 für 787-27 vom FDL Köln. Sie dürfen mit höchstens 25 kmh fahren von Köln-Betriebsbahnhof bis Köln-Hauptbahnhof. Grund ist eine geschobene Rangierfahrt. Ja, aber trotzdem möchte ich gerne. Ah, jetzt endlich. So, dann Bremse lösen. Und dann dürfen wir einfahren. Langsam, nicht zu schnell. Da müssen wir gleich die Stromabnehmer senken. Wurde uns ja mitgeteilt. So, wir dürfen uns das hier mal von außen ansehen. Daraus sehen wir, wenn wir ganz drauf sind. Ja, ein Stückchen noch, ein Stückchen noch, ein Stückchen. Ah, Sifa. Okay. Ein Stück noch, ein Stück noch. So. Bremse. Dann. Stromabnehmer wurden gesenkt. Ja, dann. Was ist das denn? Stopp. Wunderbar. Würde sagen. Das speichern wir erstmal ab. Was so weit schon mal gekommen sind. So. Stromabnehmer mal wieder heben. Zack. Zack. Hauptschalter wieder ein. So. Dann würde ich sagen, dürfen wir bis jetzt 5 zu unserem Zug anfahren. Wenn wir das mal in Angriff nehmen. Das reicht. Ja, 10, aber wir bleiben bei 5. Wenn wir hier nicht zu schnell an unseren Zug ran fahren. Ein bisschen schneller, aber nicht zu schnell. Befreien dürfen wir uns. Wunderbar. Wir werden zu schnell ein bisschen langsamer. Gut hier noch. Zack. Schalten Sie die PZB aus. Stellen Sie die Bremssilbe in die Stellung Schnellbremsung. Gut. Äh. Machen dann so. Achso. So. Passt. Passt. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir speichern wieder ab. So. Bremse lösen. Schauen wir uns das ganze System mal von außen an. Da würde ich sagen, auf geht's. Äh. Natürlich. 25 kmh dürfen wir natürlich nur fahren, logischerweise. Wurde uns ja gesagt, wegen einer Rangierfahrt. Bremse. Bremse. Wiretrum. so 25 kmh dabei sollten wir bleiben laut des Fahrdienstleiters Wunderbar, aber so wie es aussieht kommen wir zu spät oder meine ich das nur? Wunderbar, wunderbar 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 Sieht gut aus, sieht sehr sehr gut aus Ja, natürlich Ja, Kollege, noch sind wir nicht da Wunderbar Das sieht sehr sehr gut aus Natürlich weiter Da hört ihr schon Martin Zorn, Blaulicht Irgendwas ist hier passiert Da seht ihr die Polizei stehen rechts Oh oh Also wurde offensichtlich eine Leiche auf dem, auf einem Zug, äh, der Zugtoilette gefunden Eines anderen Zuges Und, äh, der Zug wurde natürlich beschlagnahmt von der Polizei und, äh, deswegen mussten wir jetzt hier einspringen mit unserem Zug Halt 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 So, öffne die Türen So, öffne die Türen Gehen in unseren Danke gleichfalls So, dann müssen wir natürlich jetzt, äh, den Führerstand wechseln So Schauen wir uns das Ganze mal von außen an Wir haben natürlich noch den falschen Stromabnehmer gehoben Das geht ja gar nicht Äh So Wir müssen jetzt natürlich erstmal vorwählen hier Nachrichtungswender Wunderbar Wunderbar Ja, TTS ist Ist klar Aber ich will ja, äh Äh Warum erhebt er den falschen Stromabnehmer? Kann mir das mal jemand sagen? Egal, lassen wir das einfach so Egal, lassen wir das einfach so Denken wir den nochmal Noch haben wir ja ein bisschen Zeit Stromnummer, ja das will ich doch So wollte es doch So wollte es doch Perfekt So, genau so wollte es haben So Führerstand Dann machen wir hier in der ganzen Bude würde ich sagen ein bisschen Licht Oder? Bremse lösen So So Ich würde auch sagen wir speichern hier nochmal So Und ich muss jetzt ganz kurz was erledigen, deshalb sag ich mal bis gleich So Zurück Zu unserem Zu unserem Szenario Was sich da nennt Tatort Das Ganze stammt von Scarlett Fahren werden wir das Ganze mit einer Baureihe 120 von Virtual Railroads In der Orient Rot Variante und da hinten dran unsere alten Interregio Wagen Wagen Äh Ihr habt natürlich gesehen dass wir gerade unseren Zug äh aus der Abstellung hier hin transportieren Beziehungsweise Äh Ja Rangieren mussten und ähm Achja die PZB muss ich wieder einschalten Mimmels Willen ZB Und Sifa So Wunderbar Kannst ja losgehen Bremsen lösen und auf geht's Jetzt noch los Äh Pit äh AFB ne So So Ach Scheiße LZB So Jetzt aber Wer kommt es denn los jetzt Was ist denn jetzt kaputt Machen wir so geht Ich weiß was Hauptschalter Ah Scheiße Mann 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 Wenn man nicht alles im Kopf hat Sifa nicht vergessen Und ab geht die wilde Fahrt Erste Station Bonn Hoppanoff So Wir dürfen uns befreien Ja wunderbar Und ab geht die wilde Fahrt So So Da werden wir mal geschmeidig quittieren Würde ich sagen So Zifa Verweigert Wir haben noch kein Grün Das ist is grün, wieso sagt der verweigert? Muss ich nicht verstehen. So, grün. So, 70. Meine Damen und Herren, willkommen im Versatz der Region nach Sabresen, über Bonn, Rehmaden, Koblenz, Trier und Manzig. Aufgrund eines Polizeieinsatzes in Köln, der sich das Zug heute mit der Verweigertung ohne erste Klasse, wir finden uns hier im Endeffekt, der nächste Halt ist und auf Bahn oben um 8.27 Uhr. 80. Da links haben wir gerade unseren Zug hergeholt. Da ist die Drehscheibe. Wunderbar. Wunderbar. Da links war es. Auf, in den Sonnenaufgang. Perfekt. Perfekt. So, 90. greift. Derr partout, derart. Oder? So, das ist der kinda. So, wir fahren über Bonn, Rehmagen, Andernach und schließlich Koblenz, welchen wir um 9 Uhr 7 erreichen werden sollen, müssen. Schauen wir mal. Voll durch den Baum. Habt ihr das gesehen? So, 80 ist vorangekündigt. Da steht auch Polizei. Was ist denn hier los? Wahnsinn. 80? Mein Gott, ist ganz schön was los hier. So, dann dürfen wir auch gleich endlich auf Fernverkehrsgeschwindigkeit beschleunigen. Vielleicht hilft uns das hier noch ein bisschen Zeit rauszuholen. Oh, wir sind ein bisschen zu schnell. So, 140. Oh, er ist sie. Einfach. Und 160. Wunderbar. Oh, shit. Das war zu viel. So, dann schauen wir mal ob wir gleich in die LZB aufgenommen werden. Das wäre natürlich super. Besatz zum Wir sitzen. OK. So, dann bevorz uns die LZB aufgenommen werden. Wunderbar, wunderbar. Schaut euch das an. Hier eine Menge Güterwagen. So, in 10 Minuten sollen wir in Bonn sein. Bin ich ja mal gespannt, ob das klappt. So, in 10 Minuten sollen wir in Bonn sein. Ja, eine Sekunde haben wir rausgeholt. Beziehungsweise eine Minute. Wow. Ne, eine Sekunde. Eine Sekunde bloß. Mal schön die Sifa bedrücken. Seht ihr das? Das grüne Gewächs wächst schon auf die Schienen drauf. Oder in den Schienen. Heißt das auf den Schienen oder in den Schienen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und so sieht es in den Wagen aus. Wunderbare Aussicht. Traumhaft. Wunderschön. Guter Zug. Guter Zug. Ah, schon drei Sekunden rausgeholt. Perfekt. Sifa. a A A A A Untertitelung des ZDF, 2020 Rühl, Phantasialand, perfekt Aber LZB scheint noch nicht hier verlegt worden zu sein Vielleicht kommt sie auf der Strecke dann nach Koblenz Von Bonn aus So, dann sind wir gleich schön in Reusdorf 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 Ich liebe diese alten Bahnhofsschilder, diese hellblauen Wunderschön, also dieses ganze Ambiente von früher Die alten Wagen von früher, ist einfach traumhaft Gefällt mir wirklich sehr Ist ein richtig schönes Szenario Nennt sich wie gesagt, da oben seht ihr es Tatort und stammt aus der Feder von Scarlett Vielen, vielen Dank dafür Ich denke mal wir werden wohl zu spät kommen In Bonn, aber dann ist das halt so Ich kann es nicht mehr ändern Ich kann es nicht mehr nehmen, dann sind wir So, Reusdorf. Es ist mal wieder ein bisschen Signalkunde gefragt hier. Nicht, dass wir irgendwann in der PZB-Falle rasen. So, Reusdorf. So, Bonn ist dann auch noch 4 Kilometer entfernt. Oh, eine schöne Gegend hier. Die Schrebergärten oder so. Oder da. Schrebergärten. Lidl. Habt ihr da gerade Lidl gesehen links? Da war doch ein Lidl. Wahnsinn. Bisschen langsamer werden hier. Ich gleich garantiert 60. Bisschen langsamer werden hier. So. Freien dürfen wir uns logischerweise noch nicht. Weil wir ja noch unter Einfluss stehen. Oder? Ne, wir dürfen uns befreien. Wunderbar. Aber trotzdem ist da vorne 60 und trotzdem müssen wir da vorne quittieren. Und die Siefer drinnen. Und die Siefer drinnen. Die Siefer drinnen. Die Siefer drinnen. Die Siefer drinnen. Und die Siefer drinnen. So, willkommen in Bonn Hauptbahnhof, wenn auch zu spät, leider. Eine Korrektur, der Ausstieg befindet sich außerplanmäßig in Fahrtrichtung links. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Haben wir nicht ganz pünktlich geschafft, aber ich kann es nicht ändern. Da steht ein Gegenzug mit einer 101. Auch nicht schlecht. So, ein bisschen vorrollen hier. Sowieso zu spät. So, schön bis zum Ende des Bahnsteigs fahren. Bis zum roten Hauptsignal. Dann können wir langsam anhalten. Sowieso zu spät. So. Jetzt fährt der Gegenüber wieder ab. Ziemlich schnell. Wir haben auch gleich das für genügend. Das ist unser. Heute Gleis 3. Ja, das stimmt. So, auf geht's. Auch mit dem X auf dem Dings. Aber scheiß drauf. Wir dürfen überhaupt schon fahren. Ja. Können wir uns befreien? Ja. Dann los. Nächste Station. Rehmagen. In gut 10 Minuten. Ja. Nein. Ja. W Was haben wir hier, dieses blöde X drin? Wunderschöne Ansagen, wunderschön. philosopherlage heateddisch unter ZC's Satz da 1 paut pro ... ... ... ... So, haben wir gleich unsere Geschwindigkeit erreicht. Sifa. Übrigens an alle, die gerne meine Spotter Videos auf meinem Kanal sehen. Ich habe beschlossen, nächsten Monat wieder auf große Tour zu gehen, wohin bleibt noch geheim, aber es wird wieder sehr materialreich werden für euch und wie gesagt, ich werde mein Bestes tun, um für euch alles Mögliche einzufangen, was es dort zu sehen gibt. Der Ort ist eigentlich schon ziemlich safe, wenn nichts dazwischen kommt und ich freue mich drauf, endlich wieder auf Tour zu gehen. Ja, seid gespannt, was da so auf euch zukommt. Es wird nächsten Monat eh ein wenig prestigeträchtig, würde ich fast sagen. Es kommt ja Train Sim World 3 raus. Jeder, der die Standard Edition und die Deluxe Edition kauft, hat ja vier Tage früheren Zugang. Das heißt, der 2.9.2022 wird der Tag der Tage, an dem ich euch dann ein Video präsentiere mit dem neuen Teil von Train Sim World, mit dem neuen Fahrzeug ICE 1, mit der neuen oder auf der neuen Strecke Kassel-Würzburg, eventuell sogar mit dem neuen Wetterfeature Schnee. Seid darauf gespannt. Tags darauf werde ich dann wahrscheinlich spotten fahren, also es wird ein sehr schönes Wochenende werden. Seid gespannt, freut euch drauf. 2. und 3.9.2022 auf meinem Kanal. Wenn ihr mich abonniert habt und meine Glocke aktiviert habt, verpasst ihr nichts und seid gespannt. Freut euch drauf. So, es sind jetzt noch gut zehn Kilometer bis zum nächsten Halt. Und jetzt, wenn wir uns das nicht mehr weiterhelfen, welchen wir, wenn nichts dazwischen kommt, wieder pünktlich erreichen werden, was uns aber leider nicht mehr weiterhilft, da wir für das verspätete Ankommen in Bonn bereits GX wurden oder ein X bekommen haben, wie auch immer. Ich, jetzt habe ich gepennt. 100. 100. Oh, wow. Das ging aber gerade noch mal gut. Das ging aber gerade noch mal gut. Da habe ich aber gepinnt. Mann, 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 Mann. Das geht ja gar nicht. Das gibt einen Mecker vom Fahrdienstleiter. Dürften hier so bei Oberwinter sein, die Ecke. Ne, Rolandseck. Rolandseck sind wir. Na dann. So, Remang steht auch unmittelbar bevor. Sehr bergige Gegend hier, muss ich schon sagen. Was steht da Feines? Regional Express? Ich fasse so aus. Da ist ein Güterzug. Da ist ein Güterzug. So, dann haben wir die hunderte Arie auch gleich überstanden. Dann dürfen wir zumindest wieder 120 fahren. Zu spät sind wir auch schon wieder. Schaut euch mal diese Aussicht an. Und der schön. Traumhaft. So, 120. Und der schön finde. Kein. Vielen Dank. Jetzt stehen wir unter PZB-Einfluss. Oh ne. Jetzt ist eh alles zu spät. Eine Zwangse. Ach komm. Ein Tag voll Pleiten und Pannen. Pech und Pannen. Aber sowas kann passieren. Ich war nicht... Genau, ich war zu schnell. Ich hätte auf 60 runter müssen. Das war das Problem. Ich wäre sowieso zu spät gewesen. Von daher. Wir erreichen den W-Marken. Das gibt ein dickes, fettes X. Aber ich habe ja schon mal damals schon mal erwähnt, dass es mir nicht unbedingt darum geht, alle Szenarien erfolgreich abzuschließen, sondern es geht mir um den Spaß, die diese Szenarien mit sich bringen. Und das macht es auf jeden Fall. Das ist ein sehr schönes Szenario. Gefällt mir sehr. Erfolgreich kann es irgendwann immer noch abschließen. Wichtig ist doch erstmal, dass ich Spaß an dem Szenario habe, dass ihr Spaß habt, dass es euch gefällt und das ist das Wichtigste. Alles andere kommt danach. Das ist auf jeden Fall meine Meinung. So. Damit wären wir in Rehmagen. Münster, Recklinghausen, Oberhausen, Düsseldorf, Köln, Bonn, Koblenz, Trier und Saarbrücken. Köln, wir sind im Fall losgefahren. Jetzt geht es nach Koblenz. So, auf geht's. Bremse lösen. Und auf geht's. Nächste Station, Andernach. So, PZB-Beeinflussung. Das heißt, wir dürfen nicht schneller als 60 fahren. Beziehungsweise 40. Wir müssen da nämlich nochmal quittieren. So, noch stehen wir weiterhin unter Einflussung. Ihr seht, die gelbe Leuchte leuchtet. Und darüber blinkt die 85. So, es ist die Beeinflussung weg und wir dürfen uns befreien. Wunderbar. Dann dürfen wir jetzt auch aufschalten. Ah, eine schöne Diesellok. Wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank. So, 160. Wunderbar. Wunderbar. So. Wollte nur was überprüfen. Weil oftmals sind die Kennzeichen von diesen, äh, ja, von den Fahrzeugen, die da so platziert werden, alle gleich. Aber in diesem Fall waren sie dann doch verschieden. So. 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 the TG. Aha, ok, wunderbar, das beruhigt mich gerade sehr. Hier links die schicke Autobahn, die parallel zu den Gleisen rauf nach Koblenz führt, beziehungsweise runter nach Koblenz, nicht rauf, sondern runter, Koblenz liegt ja südlich, südlich von Köln. So, Andernach ist dann auch jeden Moment erreicht. Mein Gott. So, Andernach ist es gut. 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 Andernach ist bereits sichtbar. Und dort wird sich dann gleich unser Zugbegleiter wieder melden. mit der Ankündigung, dass wir den nächsten halt Andernach erreichen werden. Und außerdem gibt er natürlich noch die Seite des Ausstiegs bekannt. So, Andernach ist ganz wichtig für die, die sich da vielleicht vorne schon positionieren an den Türen, was eigentlich nicht erlaubt ist, sondern erst beim Stillstand. Aber, naja, man spricht von eigentlich und so, ne? Oh, schaut euch das mal an. Schönen Lokzug. Oh, traumhaft. 120 Güterwaggon und jede Menge 146er. Traumhaft. So, aufschalten bringt hier, glaube ich, nicht mehr so viel, würde ich sagen. Weil wir jetzt hier im Moment da sind. Nämlich schon mal die Bremse reinhauen. Den könnten wir ja fast pünktlich schaffen. Ist ja Wahnsinn. Ja, sie fahr. Den schaffen wir definitiv pünktlich, ich glaub's kaum. Sooo. Andernach. Pünktlich. Ich bin fast stolz auf mich. Sooo. Andernach. Oh, nicht viel los hier, wenn man das mal so sieht. Jetzt haben wir ja ein klein bisschen mehr Zeit. Bewölkt. Die Sonne ist nicht wirklich zu sehen, aber sie ist da, da hinten. Seht ihr sie? Da hinten ist sie. Sooo. Das dürfte Herbst sein, wenn ich die Farben der Bäume so sehe. Das schöne braun-orange. Würde ich fast sagen, das ganze Szenario spielt im Herbst. Also ich habe am Anfang nicht darauf geachtet, muss ich ehrlich sagen, welche Jahreszeit dort angegeben war. Deshalb bin ich jetzt ein bisschen am Raten. Aber es sieht mir wirklich nach Herbst aus. Weil die Bäume haben eine richtig schöne Farbe. So, weiter geht's. Bremse lösen. Darauf geht's. Nächste Station. Koblenz Hauptbahnhof. Ha. So, das sind jetzt noch gut... 18 Kilometer fast. Nicht ganz. Das Feuer kommt allerdings nach Koblenz Stadtmitte, wo wir durchfahren. Die Sifa. Wir begrüßen auch die in aller Nacht zur Beschlägung des Parkes der Industrie und Nachsatzbrücken mit Halting, Koblenz, Trier und Merkling. Der nächste Halt ist Koblenz Hauptbahnhof um 9 Uhr 8. Bitte beachten Sie auch. Unser Zug hat heute wieder erste Klasse noch ein Bistro an Bord. Aber ich denke, damit wird man wohl klarkommen, dass es mal keine erste Klasse, kein Bordbistro gibt. Das Wichtigste ist, man kommt an sein Ziel ohne Probleme, ohne Wartezeiten und ohne irgendwelche Zwangshaltern oder gar Schienersatzverkehr. Wo würde ich das auf jeden Fall sagen. Da kann man auch mal auf solchen Luxus verzichten. So, auf 120. und Sifa. Vielen Dank. Was steht da rechts? Eine 155 Abstellung. Vielen Dank. Was steht da? Kraftwerk? Geht fast so aus, ja. Wunderbar. Aber ein Szenario, was anfangs wirklich stark war, was wirklich toll angefangen hat, wird zum Ende hin doch etwas bräsig, hätte ich fast gesagt, weil da passiert nicht mehr viel, eigentlich gar nichts. Das hätte zum Ende noch mal ein bisschen Fahrt aufnehmen können, von wegen der Täters hier an Bord, bedrohten Fahrgast, Notbremse, Polizeieinsatz und, 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 und. Und das hätte alles noch kommen können, meiner Meinung nach. Es hat am Anfang wirklich stark angefangen, aber lässt jetzt doch deutlich nach zum Ende hin. Aber das ist, wie gesagt, meine Meinung. Wenn ihr eine eigene Meinung habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich bin auf jede einzelne Meinung gespannt. Aber wie gesagt. Ja. Ich bin auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020 So, Koblenz-Lützel Und dann sind es noch vier Kilometer ungefähr Circa bis Koblenz-Hauptbahnhof Wobei wir dann noch Koblenz-Stadtmitte durchfahren werden Um dann In Koblenz-Hauptbahnhof einzufahren Stand da gerade ein Spotter? Links, habt ihr es gesehen? Da stand doch gerade ein Spotter Es stand da aber ziemlich gefährlich Nah an den Gleisen, muss ich sagen Das war auf jeden Fall kein Bahnmitarbeiter Der hatte eine ganz einfache orange Jacke an Und eine Jeans, das war ein Spotter Wahnsinn, gibt es ja gar nicht So, 90 Das sieht doch schön aus Noch sieht es auch für eine Zeit eher schön aus Eine Minute pünktlich Beziehungsweise früher da Als geplant Wäre ich doch die anderen beiden Stationen auch pünktlich gekommen Hätte ich das Szenario erfolgreich abgeschossen Aber was ist Was nicht ist halt Was nicht ist, ist halt nicht Kann man nichts dran ändern Ist halt so, ne? Muss man mit leben Jetzt ist es so Jetzt ist es so Aber bitte Und jetzt ist es so So, dann haben wir das Szenario gleich geschafft Ohne nennenswerte Probleme Bis auf ein, zwei Zwangsen Würde ich sagen Habe ich das Szenario doch relativ gut überstanden So, hier Stadtmitte Für alle die, die sich nicht in Grupplenz auskennen So, ich gehe jetzt schon mal vorsichtshalber auf 60 Nicht, dass wir gleich wieder mit Zwangse kriegen Ich stehe nämlich schon wieder unter Einfluss Was dürfte denn 1000 Hertz sein Wenn ich mich nicht ganz täusche Ah, doch 1000 1000 Hertz Einfluss 1000 Hertz Magneteinfluss Denn da vorne dürfen wir nochmal quittieren Kurz vor unserem Halt Direkt hier vorne Befreien wir uns sofort Obwohl wir hier gar keine Probleme kriegen Da vorne ist nochmal quittierpflichtig Stehen abermals unter Einfluss 40 Dann fahren wir die auch So, Bahnsteig 5 werden wir anhalten Ah, das ganz äußere War nicht schlecht Da stand die auch noch nie Glaube ich nicht So, auch diesen Bahnhof werden wir pünktlich erreichen Wunderbar, wenigstens etwas Koblenz Hauptbahnhof Herzlich willkommen So, öffnen wir die Türen Und schwingen uns mal nach draußen Schaffen werden wir dieses Szenario Wie gesagt, nicht erfolgreich Aber sei es drum Dem ist es halt so Mir hat es trotzdem Spaß gemacht Besonders der Anfang des Szenarios Wenn es euch gefallen hat Wenn es euch Spaß gemacht hat Lasst einen Daumen nach oben da Wenn nicht, macht wie immer gar nichts Und ich würde sagen Ihr hört mich im nächsten Video wieder Bleibt gesund Bleibt mir treu Passt auf euch auf Habt ein schönes Wochenende Habt einen schönen Samstagabend Macht's gut Freut euch auf Tram Simworld 3 Wie gesagt Was ich gesagt habe Aber dies ist nicht schlecht Es geht nicht schlecht Aber das ist gut